Heute gibt es einmal einen kleinen Elektrosmog-Test über die Sendeleistung von einem normalen Smartphone im 2G, 3G oder 4G, sprich LTE-Netz. Bei allen Smartphones eigentlich kann man jetzt genauer einstellen, ob ich jetzt nur im 2G, sprich im GSM-Netz senden will, 3G oder LTE-Netz. Die Einstellung über den Netztyp, das heißt ich gehe einmal unter normale Einstellungen, gehe auf mehr, gehe auf Mobilfunknetz und dann habe ich den bevorzugten Netzwerktyp. Schauen wir uns das einmal an. Nur ganz kurz die Unterschiede zwischen 2G, 3G und 4G. Das 2G-Netz nennt man bei uns zwangsläufig GSM-Netz, ist ein uraltes Netz, läuft noch auf ein analoges System, hat eine Up- und eine Downlink-Frequenz, das heißt eine Sendefrequenz und eine Empfangsfrequenz. Die Sendefrequenz ist in etwa bei 880 MHz, die Empfangsfrequenz bei 920 MHz, das braucht man deswegen, weil im digitalen Netz ist das egal, aber im analogen Netz hat man müssen immer senden und empfangen. Beim Funkgerät kennt man da zum Beispiel immer eine Sende-Taste drucken zum Senden und die Sende-Taste auslassen, dass das Gerät empfangen kann. Wenn es nur eine Frequenz ist, natürlich wenn es zwei Frequenzen ist, ist das so wie bei der Eisenbahn mit zwei Gleisen, das heißt es können Züge in beide Richtungen zur gleichen Zeit fahren. Soviel zum 2G-Netz, also alles unter 1 GHz noch. Dann haben wir das UMTS-Netz, genannt 3G. Läuft in etwa bei 2 GHz pulsierend, das heißt es ist schon alles digitalisiert. Angefangen hat es in Österreich mit dem 3-Netz, unter dem Synonym rauschfrei, was aber auch nicht stimmt, weil wenn es rauschfrei ist, dann empfängt man überhaupt nichts mehr. Also wie gesagt, 3G-Netz bei 2 GHz. Dann das 4G-Netz. Man sieht es bei den iPhones schön oben 4G, beziehungsweise bei den Androiden steht oft einmal oben LTE-Netz, wenn dieses Netz vorhanden ist und eingebucht ist. Das läuft jetzt auf 800 MHz, auf 1800 MHz, auf 2800 MHz und 2600 GHz zum Messgerät jetzt selber. Das ist ein GHz-Solution HIF 38B. Eins der besten Messgeräte, was man im normalen privaten Haushalt nehmen kann. Dazu, weil ja das Handy also eine brachial hohe Leistung hat im Verhältnis, brauche ich ein Dämpfungsglied, nicht da schalten da, das brauchen wir wieder, ein Dämpfungsglied mit 30 Dezibel, das heißt wir müssen diesen angezeigten Wert mal 1000 nehmen. Dann schaue ich die auf den Millivatt-Bereich, dass wir wiederum in den Mikrowatt-Bereich gelangen müssen wir das Ganze noch einmal mal 1000 rechnen. Das heißt, den angezeigten Wert müssen wir dann mal einer Million rechnen, dass wir ihn mit dem Salzburger Richtwert vergleichen können. Ich bin jetzt im 2G-Netz eingebucht und jetzt rufen wir einmal die Mailbox an. Und dann schauen wir, was maximal Sendeleistung ist. Jawohl, da meldet sich schon irgendeine Stimme. Dieses Handy sendet schon wunderbar vor sich hin. Wir haben da den Wert 23,5. Ich stelle jetzt mein Handy um auf das 3G-Netz. Buche mich im 3G-Netz ein. Lösche das Messgerät bzw. den Messwert des Messgerätes und rufe noch einmal die Mailbox an. Und geht schon dahin. So, wir haben jetzt einen Spitzenwert von 1,1 bzw. 1,2. Ja, dann messen wir einmal, wie das Ganze im LTE-Netz ist. Und zwar, halt das verkehrte Knopf, da muss ich auf rein. Ich habe jetzt einen LTE eingestellt, dass man es da sieht. Gehen wir auf Abbrechen, Außer und dann die Mailbox. Das heißt, ich habe jetzt 0,03 mW gehabt. Man beachte, ich habe da jetzt kein Dämpfungsglied mehr drinnen. Und alles, was das Handy jetzt ansendet, weil der Sendeturm so nahe ist, ist unter 200 mW Sendeleistung. Das heißt, das Gerät mit den hohen Einstellungen kann da nicht einmal mehr irgendwas messen. Kurz zum Schluss noch ein Fazit von mir. Wenn ihr was telefonieren dürft, dann schaut es möglichst, dass euer Handy auf LTE geschalten ist, weil im LTE-Netz sendet euer Handy maximal 200 mW. Das GSM-Netz wiederum sendet bis zu 2 Watt. Das sind, wenn man es umrechnet, 2000 mW. Was ja die 10-fache Strahlendosis bedeutet. UMTS wiederum schaltet zwischen 150 mW und 250 mW um. Ist aber nicht so effizient mit der Bondbreite. Ein kleiner Tipp von mir. Das heißt, schaltet bitte das Handy aufs 4G-Netz, auch beim Telefonieren. Und schaltet die ständigen Datenverbindungen aus. Außer ihr braucht es natürlich für WhatsApp und Facebook und wie der ganze Schmunk, wie man es hat. Ja, soviel zu den Netzwerktypen. Nur eine kleine Vorschau, was gibt es nächstes Mal im Elektrosmog-Kanal zum Schauen. Ich habe jetzt ein Billigmessgerät aus Kinesien bestellt, was super gekommen ist. Kostet in etwa 20 Euro plus minus. Dann habe ich ein Billigmessgerät von der Firma ELV gekauft, beziehungsweise gekauft, weil kriegen tue ich ja nichts. Darauf schaue ich ja ganz wichtig. Und natürlich wird das Ganze mit dem GHz-Solution M3840 verglichen. Und dann schauen wir mal, was die Niederfrequenzmessgeräte so können im Billigsegment-Sektor.